Wenn du in den nächsten 3,8 Sekunden nicht das Video likest und den Kanal abonnierst, fällt morgen dein Handy ins Klo. Ich war die letzten Tage auf der Suche nach Cheats, Glitches und Hacks, die man in Fortnite einsetzen kann, ohne gebannt zu werden. Zumindest hoffe ich das. Als erstes setzen wir einen Autoklicker ein, um schneller an Fortnite schießen zu können. Das Ganze machen wir mit dem Mod-Controller, mit dem ich auch schon A-Bot hatte. Dazu muss ich nur die Mod aktivieren. So sieht das Ganze normalerweise aus, wenn ich versuche so schnell wie möglich zu schießen. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich dabei den Autoklicker aktiviere. Ja, einfach nur OP. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen cheaten. Oh boy, ich bin so gespannt auf diese Ronde. Werden Gotham so richtig auseinandernehmen? Da färten schon welche. Oh, rein Karim. Hey, da ist noch einer. Oh, hier geht's ja gerade richtig ab. Das ist der erste. Scheiße Waffe leer. Und der zweite. Oh Gott, wer hat mir den weggeholt? Warte mal. Oh, hier kämpft einer. Was machst du denn hier unten? Den holen wir jetzt wie ein Pro-Gamer weg. Rampe edit boom, wartet ab. Oh, der Blue Shield. Oh, ich hab noch einen Trick. Oh, ich hab noch einen Trick. Rampe rechts und links weg holen. Alter, das klappt wirklich. Oh, hier kommt doch irgendwo einer. Oh, du bist aber ganz schön alt, das blieb, mein Freund. Der ist weg, Ren. Alles klar. Ich zeige euch gleich mal, wie die Pistole abgeht. Das werdet ihr nicht glauben. Oh, hier ist ja schon einer. Hä? Der checkt gar nicht, dass ich da bin. Oh nein, was hab ich gemacht? Ich hab die Rampen versetzt. Nein. Oh, er hat's gar nicht gerafft. Nein, wo ist er hin? Oh, da ist er ja. Oh nein. Ja. Der ist nur noch Matsche. Was geht denn da drüben ab? Schade, dass der Grappler nicht so weit geht. Dann fliegen wir halt. So, Autoklicker. Zeig mal, was du kannst. Nein, ich treff nix. Komm schon. Wow, der ist besessen. Ich geh doch down. Was ist denn da für eine Ska? Egal. Wir behalten die Pistole einfach. Die geht auch ab. Oh nein, Schwitzer. Mir geht's ja richtig ab. Da kommt schon der Nächste. Alles klar. Come on, die Pistole ist mal wieder leer. Boah, der hat gesessen. Treffer. Was will der andere Typ von mir? Alles klar. Als ob er noch HP übrig hat. Gott, er hat 17 HP. Es wird an der Zeit, einen der heftigsten Glitches überhaupt zu benutzen. Das ist praktisch cheaten. Wenn ihr den Glitch richtig macht, dann habt ihr einfach unendlich Energie. Ich hab das Ganze schon getestet, wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade sehen werdet. Und, ja, es funktioniert einfach nur. Ist das nicht unfair? Und weil es so unfair ist, werde ich euch auch nicht zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wobei, ist wahrscheinlich eh egal. Weil, wenn ihr das Video seht, ist das wahrscheinlich eh schon gefaxt. Naja. So, wir brauchen noch irgendwie Waffen. Und dann geht's los. Hey, das sollte reichen. Seht ihr das? Das hat funktioniert. Wir sind außerhalb von Greasy Grove. Hat doch irgendwo einer. Ist das im Ernst, oder was? Kämpfst du jetzt, oder was? Was ist unter mir? Nein, nicht schon wieder die Tacos. Nein. Er ist einfach im Busch. Nicht weglaufen, mein Freund. Was geht denn hier ab? Alter, der Team ist verrückt. Mann, wir haben erst einen Kill. Es leben einfach noch 21 Leute. Kann doch nicht wahr sein. Wir haben eine Rakete geflogen. Da ist noch einer. Hä? Oh, das war knapp. Er bleibt einfach stehen. Nein. Was hat der für Waffen? Hätte nur goldene Sachen. Okay, der Turtle schon wieder. Ist ja richtig Action. Oh nein. Nein. Nicht jetzt. Komm schon, bitte. Oh nein. Er kommt zurück. Wow, das war knapp. Guck mal, wir haben vier Zuschauer. Ich glaube, die gucken alle wegen dem Glitch. Auch noch mal liegt die Heilung da. Oh, hoffentlich guckt der Typ jetzt nicht. Komm, gib mir den Fuffi. Ich hab das nicht gehört. Der No-Skin hat mir eiskalt eine Falle gestellt. Gott. Ich bin einfach so schlecht. Viele von euch wissen, in der Vergangenheit haben wir schon Tricks angewendet, um besseres Aim in Fortnite zu bekommen. Dabei haben wir zum Beispiel meinen Crater-Code eingesetzt oder sogar Ninjas Kopf. Einfach nur krass. Aber heute machen wir es richtig. Zuallererst werde ich das Standard-Crosshair ausblenden, weil wir das nicht mehr brauchen werden. Und stattdessen werde ich dieses krasse Ding hier benutzen und euch zeigen, wie OP und unfair das Ganze ist. Das ist es, Freunde. Ich hab ein richtig gutes Gefühl. Aber wir haben Gesellschaft. Warte mal, der ruft Batman. Ich bin der reale Batman. So. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Waffen und dann geht es hier richtig ab. Warte, hier ist irgendwo einer. Ja, hab ich gesagt, du darfst reinkommen? Alles klar, er kommt einfach ins Haus rein. Oh mein Gott. Was? Nein. Okay, wir haben ganz gute Waffen, sind in der Zone drin. Ach, wer ist eigentlich, was ist das denn? Shit, wer kommt denn da? Was will da von mir? Wer ist das Zufall? Hä, was ist denn mit dem los? Und jetzt läuft er auch noch weg. Alles klar. Wow, das war aber ganz schön knapp. Na, wen haben wir denn da? Hä, der hat ja gar keine Ahnung, wo ich bin. Wo kostet einfach ein Headshot? Oh mein Gott. Hey, nice ein Upgrade. Dankeschön. Ist irgendwo einer unter uns. Der kämmt irgendwo am Arsch der Welt. Das ist doch unglaublich. Bruder, wo bist du? Alles klar, er ist sogar noch ein Batman-Skin. Und jetzt heilen, oder was? Hey, der Typ ist von Face, oder was? Ich werde berühmt. Endlich. Guckt mal, ich habe einen von Face gekillt. Ich traue mich jetzt sogar auf auf einem Feld zu heilen. Hab da schon der nächste angeflogen. Ist das wieder einer von Face? Nein, ich muss mit dem Baum verstecken. Ich habe keine Materialien. Baum, beschütz mich. Der Typ wird jetzt so sehen. Komm, zeig dich. Oh, er hat den Baum kaputt gemacht. Dafür hole ich jetzt den Sieg. Oh Gott. Wo kommt der denn her? Komm schon. Schade. Hätte er klappen können. Was ist denn mit den Bäumen heute? Hau rein. Gibt es nicht, der Typ wird mit den dritten Heavy-Sniper. Guckt euch das mal an. Ich spiele mir drei Heavy-Snipern gerade. Das geht ab. Begnen auch noch und die sind irgendwie gefühlt alle vor mir. Einer, zwei, drei. Jetzt sieht mich keiner. Ich bin unsichtbar für die. Den Baum jetzt weg. Nein, ich rufe mich zu. Alter, was ist denn mit mir? Okay, der war wichtig. Ich hatte auch nur goldene Sachen. Nein. Was geht denn jetzt ab? Nein. Nein, 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 nein. Von hinten. Oh Gott, ich bin so tot. Nein, das schaffe ich nicht. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ich habe es irgendwie geschafft. Das kann nicht sein. Easy. Das ist schon mal einer von denen. Der Gegner noch. Boah, der ist richtig aggressiv. Das war knapp. Gut, dass er nicht getroffen hat. Irgendwo noch einer. Ich glaube, der Typ ist unter mir. Der muss jetzt ein Ausgub. Komm schon. Boah, das war knapp. Jetzt aber. Alter Schwede haben wir den weggerockt. Einer noch. Kleiner Camper hier oben. Oh nein, die Zone. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Dann holen wir den Ausgub. Oh, der ist nicht aggressiv. Oh, da chillt auch mal. Oh shit, die Zone. Nein, der ist durch die Zone gestorben. Ich glaube, das reicht für einen Tag Cheaten. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne noch ein Like dalassen, den Kanal abonnieren und meinen Creator Code eintragen. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.